Wir haben für dieses Wochenende eine Krisensitzung einberufen. Ich habe meiner Frau und meiner Tochter versprochen, dass wir am Wochenende wegfahren, Sir. Wir müssen 20% einsparen. Sie haben diesen Leuten sichere Jobs versprochen. Und ich dachte, sie tun alles für diese Firma. Ich wünsche euch viel Spaß. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Gute Frage. Was jetzt? Poo? Christopher Robin. Christopher Robin. Ich bin ein Frack. So kaputt siehst du gar nicht aus? Ein paar Falten vielleicht.